Willkommen zurück zu einer neuen, königlich gierigen Folge Shibululu, mit einem Mann, der der Ritter der Kokosnuss genannt wird. Kreis! I am the knight of the coconut! Ja? Ja? The coconut is a big, big nut for Alan! Schön, dass du wieder irgendwie hier alles mit einem Ohrwurm vergiftest. Junge, ich bin hier direkt in Kampf für die Qualifizierung. Also ich hab direkt zwei getötet. Wo bist denn du? Ah, ich seh' dich, seh' dich hier. Ah, komm ich rein, kassier mit, zack. Rein in den Lömmel. Wer will noch, wer will noch? Ihr wollt schieben oder was? Die Leute schreiben, könnt ihr nicht mal eine andere Karte spielen? Warum spielt ihr immer dieselbe Karte? Weil es die Beta... Ja, aber die Leute realisieren nicht, dass es die Beta ist. Ich meine, es steht hier rechts riesig, Beta. Produkt ist noch nicht final, aber... Die denken, das ist dein YouTube-Name. Ach so. Bist du nicht... Produkt ist nicht final, Joa. Ja, ja, du bist doch. Beta-Produkt is not final. 9E411E8001586F3 ist mein Lieblings-YouTuber. Ja, wahrscheinlich. Oh mein Gott, Alter, was ist das hier? Woher kommen die denn alle? Die kommen zurück. Ey, so übel. Bamm, was ist los? Junge, was ist los? Oh nein, da ist wieder jemand, der katapultet auf den Spawn. Ah. Da ist wieder so jemand unterwegs. Was macht der? Katapulten auf den Spawn. Das ist richtig ekelhaft. Mittlerweile haben die so ein bisschen diese Katapult-Spots. Dann schießen die einfach stumpf auf den Spawn und ernten alles. Außenrum und ernten. Ja, ab und zu kommst du da nicht hin, weil die schon in dieser Zone sind, wo du nicht mehr hingelangen kannst, ohne zu desertieren. Ach so. Ey, die sind hier im Turm drin. Leute, wo seid ihr? Männers! Männers, das sind Dudes im Turm. Ja, hier. Einer ist nach oben. Bam! Also hier ist grad niemand am Katapult. Ja, bei uns. So, sehr gut. Turm gesäubert. Darauf erstmal eine schöne Bandage. Hello Kitty-Style. Darauf erstmal eine leckere Ziegenmilch. Darauf erstmal... A coconut is a big, big nut. Das werde ich jetzt nie wieder los. Danke. Alter, zu dritt! Ich will den Bogenschützen da hinten. Ob ich an den noch rankomme? Aha! Ich hab ihn noch niedergeschlagen! Oh! What?! Das gibt's doch nicht! Oh! Hat der da seinen Bogenschützen beschützt? Die kleine Sau, ne? Ja, 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 ja. Hat er sich gedacht, ey, nee, nicht meinen kleinen Bogenschützen. Den beschütze ich mit meinem Leben. Da schützen! Rein da! Rein da! Das war ein Bogen! Beschützen! Das ist was anderes. Bam! Deinen fetten Helm hier, Junge! Bam, Junge! Aber ey, ich liebe dieses Spiel, ne? Ich liebe es. Es macht so Spaß. Es ist so geil. Leute, wir brauchen Unterstützung! Wow, 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 bisschen Support, Greis! Wo bist du, rechts? Ich hab ein Banner hier links, ich hab ein Banner links! Oh, wie viele kommen hier? Ey, ich werde überrannt. Ich kann das nicht halten. Ich kann das nicht halten, allein. Ich kann das nicht halten. Nee, keine Chance. Ich habe auch gestern gesagt, danach war meine Buxen nass. Ey, sechs Stück. Ich habe das, glaube ich, ja sofort. Dann war die Seniorenwindel wieder voll. Ey, nee, da konnte ich nichts machen. Die überrennen hier gerade. Weil da zu zweit. Die eine Seite. Warum wieder? Oh nein, ich kann nichts machen, ey. Ey, auf mich haben eben gerade so eine Football-Mannschaft hat auf mich eingeprügelt. Klar, von einigen Leuten der Traum. Die 69er Denver Broncos, Alter. Hoch. Wow, 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 wow. Was zur Hölle? Ich bin da, ich bin da. Kreis, bist du bei mir? Au. Treten. Vorsicht, Vorsicht. Alter, der hat einen Kopf in der Hand, die kranke Sau. Siehst du das? Alter, der hat wirklich einen Kopf in der Hand. Der Psychopath. Was ist mit dem denn? Nicht in Ordnung, ey. Das ist ja krank. Achtung, die kommen hier mit Leiterstücken. Lass sie nicht rumleitern. Wir haben Boden lag und gestrampelt. Oh Mann, der war gut. Ey, die nehmen oben schon einen. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Die haben die Leiter bestückt. Die haben die Leiter bestückt, die Schweine. Alle stürzen sich auf, denen. Ja, ja, oben ist noch einer, oben ist noch einer. Die Treppe hoch. Wow. Ich komme nicht hoch, die Treppe trennt. Ist er noch da? Ja. Oh Leute, ey, ihr seid zu viert. Jawohl, einer schmeißt ihm richtig was in die Fresse. Voll geil. Es ist so gut, ne? Es macht so Spaß. Das Spiel ist richtig nice. Sie kommen rein. Achtung, Vorsicht, Flammen. Flammen. Wir brauchen Banner hier. Wir brauchen ganz dringend einen Banner. Ich habe leider noch keinen. Ich habe auch noch keinen. No Banner ready. I work on my Banner, boy. Banana Banner. Oh. Was? Ich habe einen Zweihänderhammer freigeschaltet. I'm playing, mein Sohn. Oh, wow, wow, wow. Oh, da kommen so viele. Aber noch rein in die Eier. Der letzte Punch in den Hodensack, der war noch drin. Ey, sie kommen an der Stelle, wo wir eben gerade standen. Sie kommen und zwar richtig übel. Na, Junge, was ist los? Hä, mit hast du nicht gerechnet, oder was? Aua. Oh Mann. Die nehmen das ein, die nehmen das ein. Ich habe hier mit meinem Hammer ins Auge gestoßen. Wow. Wo sind denn alle? Ich bin ganz hinten des Born. Das war's. Verloren. Absolut verloren. Wir müssen die Zelte schützen. Die Kinder, die müssen geschützt werden. Oh, ich hasse Bogenschützen so sehr. Alter, er hat das von hinten geblockt. Er macht hier den Highground. Wow, was? Die fahren die Böcke rein. Ich stehe wieder. Oh, nee. Nee, die überrennen uns hier. Alter, gerade bekomme ich nur auf die Backen. Gerade ist es richtig unschön. Kann ich immer gewinnen. Klar, wir werden das gewinnen. Aber man kann immer Spaß haben. Wir werden das gewinnen. Alter, wie das aussieht, wenn hier so 40 Leute sich die Fresse eintreten. Alter, sein Schädel ist so explodiert, Junge. Und das Stützungsfähnchen kommt. Hier, Männer. Erfreut euch am bunten Banner. Du musst leben, damit Banner funktioniert. Banner, Banner. Alter, hier in der Mitte ist richtig Party, Leute. Hier fackelt einer rum. In der Mitte ist eine Party. Banner ist da. Die Bogenschützen müssen weg. Mach den Banner kaputt. Jawohl. Banner läuft. Wow, 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 wow. Da kommen schon wieder Hunderte. Alter, was ist hier los? Ich kann mich nicht bewegen. Ich stecke in irgendwas drin. Ich war stagniert. I'm stuck. I'm stuck. Stepnight stuck in. Oh, ich war eben gerade in dieser komischen, äh, in dieser Feuerschale drin gehangen. Das war unschön. So, kommt, Männer. Wir brechen. Wir brechen. Hey. Why? Woher kommen die jetzt schon wieder alle? Wo sind alle unsere Jungs? Habe ich den gekillt oder nicht? Hey, der rennt hier durch. Der zündet Camp David an. Wow, 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 wow. Ich... Burner. Pflaster. Alter, hier geht's rund, ne? Das ist ein Massaker hier wieder. Ich frenne schon wieder. Au, au, au. Du willst den Kampf mit dem Feuermann? Oh, bitteschön. Da hast du... Ich bin tot. Ja, er wollte ihn und er hat ihn ausgenutzt. Oh Gott, da kommen schon wieder Tausende. Zu wichtig. Oh Gott. Hilf deinem armen alten Mann. Hilf deinem armen alten blutenden Mann. Nein. Nein. Ey, das ist ein Massaker. Also die Runde ist ein pures auf die Fresse kriegen, du. Ja, ja, richtig geil, ey. Hast du mal diesen Mini-Sperr gespielt? Welches? Den Einhändersperr. Achso, ja, aber ist nichts für mich. Ey, der ist irgendwie auch richtig schwierig, ne, finde ich. Ich bin so ein Hammertyp irgendwie. Ich weiß auch nicht. Na, ich mag noch das Schwert. Ich glaube, als nächstes mal wieder ein bisschen mit dem Schwert rumspielen. Ein wenig das Schwert polieren. Oh, mein Helm. Oh ja, schöner Angriff. Schöner Angriff, Kreis. Ja, Banner steht. Verteidige. Verteidige. Ja, er ist down. Da kommt der Nächste. Du willst Schläge? Du kriegst Schläge. Zwei, drei, links, rechts. Eins, zwei. Er ist los. Oh, 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 oh. Er haut raus. Oh, dann Horn. Verdammte Tat. Gegen Horn habe ich keine Chance. Boah, da hinten kommen schon wieder richtig viele angerannt. Ah, nochmal Schaden gemacht. Alter, der hier. Der kämpft sich aber auch durch. Ich habe es gut gehalten. Ich war in Tapfer Ritters, Mann. Wow, 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 wow. Easy. Easy. Alle unsere Leute sind an einem Wagen und alle deren Leute sind an einem anderen Wagen. Ja, so funktioniert das ab und zu im Leben der Ritter. Alter, keine Chance, keine Chance. Fünf Ritter gegen einen. Fünf Ritter gegen einen. Halte. Treiben Sie gerade wieder zurück. Wo treibt ihr wen? Ich werde hier... Auf der Seite bin ich zurückgetrieben. Es bringt ja nichts. Naja, aber wenn ich jetzt rüber renne, ne, ist es halt schwierig, die Aufteilung zu managen, wenn man nicht kommunizieren kann. Ich war halt alleine gegen sechs. Ne? So, das... Und ich habe noch gut Schaden ausgeteilt. Leider haben die genug Zeit, sich verheilen. Wow, 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 wow. Hinter uns. Achtung, hinter uns. Rückzug, Männer. Okay, jetzt ist bei uns hier niemand. Komm schon. Oh, woher kommen? Auf einmal sind 20 Leute um dich rum, ne? Kennst du das? Ja. Du warst noch ein Duell. Denkst du dir so, hey, ja, ich gegen einen Manu et Manu und auf einmal aus dem Nichts plopp 20 Leute. Ich muss mal ein bisschen hier mit der Brandbombe wieder rumbrändeln. Der Brändler. Der Brändler? Der neue Schlagerstar im Himmel. Michael Brändler. Wie hat der 999 Schaden an mir gemacht? Wow, wow. Alter, der macht hier so einen Rundumschlag. Junge, ich lupf dich. Mal hier einen Banner hinsetzen. Sie wollen alle unsere Kokonuts. Hahaha, in die Fresse gepikst. Achtung, achnung, achnung. Da ist ein Bogenschützer. Auch dem noch in die Fresse gepikst. Wow, geil. Wow, Alter, der will's wissen, der kleine Bogenschützer. Hat mir den Arm abgerissen. Hat jemand vielleicht ein Pflaster? I'm stuck. Kann mir jemand einen Ersatzarm oder sowas geben? Kann mir jemand auch gar... Oh, shit. Das ist aber wirklich, auf einmal stehen hier sechs Mann in dem Gebäude. Suizid minus 50, was? Ich hatte doch keine Wahl, ich bin ausgeblutet. Ich hatte keine Wahl. Die haben mich gezwungen. Zum Suizizieren. Am linken schieben sie wieder, am linken schieben sie. Okay. Ich hatte doch keine Wahl. Oh. Oh, wow, der Wagen wird geschoben. Der Wagen wird wild geschoben. Weil die pushen den Wagen hart durch. Leute. Ich bin jemand hier. Ich bin Gami. Wow, 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 wow. Da kommen sie. Da kommen very much of them. Wo bist du, Greis? Ich bin am Wagen, am rechten jetzt. Der rechte geht ab. Oi, 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 oi. Ich stecke hier am Banner fest. Sehr schön gebannert. Ah, hinter mir ist auch wieder einer, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Was zur Hölle? Woher kommen die auf einmal alle? Ey, Wahnsinn. Kann man so einen Huhn nehmen und werfen? Die Entwickler haben doch versprochen. Du kannst alles werfen. Du siehst es. Du greifst es. Du wirfst es. Ich will Hühner werfen. So, Junge. Gibt es hier Manu am Manu. Nur auch nochmal in die Fresse. Komm mal rein, die Schnüsse. Die habe ich aufgeräumt. Die habe ich aufgeräumt. Die habe ich hier. Hey, war Big, Big Nut, mein Freund. Hier. Wow, wer kommt der denn schon wieder? Kreis, der hat mir eben gerade voll einen mitgegeben, der Lümmel. Achtung. Sack ist dem König. Das petz ich dem König. Ja, genau. Oh, ich bahne, ich bahne. Hier, Hühner. Ich kann einen Huhn nehmen. Ich habe einen Huhn. Ich schmeiße einen Huhn. Ich habe einen Huhn geworfen. Gut, in der Zeit wurde ich nämlich totgeprügelt. Ja, aber das musste ich machen. Das musste ich machen. Wow, wow, wow. Das gibt es nicht. Oh, nee. Ja, ich muss das mit dem Huhn ausprobieren. Ich wollte wissen, ob ich es werfen kann. Das war eigentlich im Dienste der Wissenschaft. Damit habe ich anderen jungen Rittern den Weg geebnet. Die rollen, Alter. Die rollen richtig böse. Alter, er hier mit dem riesigen Knöppel. Ich kann leider nichts sehen, weil ich brenne immer. Oh, jetzt wird durchgerollert. Woah, 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 woah. Boah. Da hat jemand einen Huhn auf mich geworfen. Das ist der neue Sport. Hühnerweitwurf. Eine neue Designertroge. Das schreibt das Königreich. Shit, bro. Alter. Alter was? Was ist passiert? Wie ist er durch meine Deckung gekommen? Der Schwansen. Wow, 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 wow. Ich will nicht draufgehen, damit der Banner hier schön buttert. Auf jeden Fall. It's a very big, big nut. Leute, 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 Leute. Oh, hier ist eine böse Schlägerei am Rande der Gesellschaft. Wow. Ja, erledigt. Am Karren bleiben, am Karren bleiben. Wie hat er das nach hinten geblockt? Wie soll das denn gehen? Na, ab und zu können die das. Die können so einen Rundum-Blogger machen. Am Karren! Leute! Oh, verdammt. Unser Karren ist clean. Aber unser Karren hier drüben nicht. Nee. 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 Da kommen drei Leute und die machen mich jetzt tot. Egal, ich hab Schaden ausgeteilt. Boah, das war mies, Mann. Das war mies. Jetzt stürmen sie uns. Verteidig den Festplatz. Ey, du bist auf einem guten Weg, vielleicht König zu werden. Also, diesmal bitte nicht. Bitte mach's diesmal nicht. König Suicide. König Suicide. Ey, ich hab nichts gedrückt. Ich hab keine Ahnung, was das gewesen ist. Die Verlockung nach Selbstmord ist groß als König, aber... Einige behaupten, du warst die ganze Zeit eigentlich im Gegnerteam. Ja, ja. Und hast nur GV-Mans. Die haben gesagt, eigentlich, ich bin blau. Leute, Leute, die nehmen das jetzt schon ein. Ich glaub das nicht. Wir erobern das jetzt schon. Boah, ich brenne. Das verstehe ich nicht. Das hat die eine Runde unser Team nicht gemacht. Die waren alle oben auf der Mauer und haben mit Pfeilen geschossen, ne? Ja, mal hast du so ein Team, wo... Du musst halt einfach direkt rein. ...wo funktioniert und mal nicht, ja. Wir werden hier gerade hart überran. Weil sowas ist auch im Endeffekt Scheiß am Ende auf die KD. Aber irgendwie kann das keiner, ne? Alle wollen irgendwie... Hauptsache, ich bin Erster im Team, auch wenn wir verloren haben. Ey, wir verlieren das gerade richtig. Muss man hier mal ein bisschen austeilen. Hä? Mit dem Hammer. Wie sieht's aus, Junge? Willst du das Duell? Du kriegst das Duell in dein Gesicht. Und du auch noch. Boah, hinter uns. Der Hof, erobert den Hof. Ah! Alter, ging das schnell. Das ging so schnell. Das ging so schnell. Fuck, fuck, fuck. Bist du hier König? Nein, nein, nein. Okay. Okay, König, reiß. Seine Herrschaft von ungefähr vier Minuten. Es war knapp. Ich hoffe, der König rennt jetzt. Oh nein, der König rennt jetzt. Oh nein, der rennt nach vorne. Nein, warum? Oh Mann. Alter, war das ein saftiger Tritt. Wow. Oh, zu viele. Zu viele. Alter, werden wir überrannt. Kann es sein, dass wir deutlich weniger Spieler sind? Anscheinend schon, irgendwie. Wie geht's dem König? Oh, der hat schon Schaden genommen. Warum stellt er sich nicht hinten hin? Ach, komm schon, König. Komm schon, König. Don't do it. Ey, der König wird überrannt. Ich bleib jetzt genau hier beim König stehen. Oh, 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 oh. Sie wollen schon wieder straight to the King? Mein Leben für den König! Für den König! Okay, jetzt geht er hoch. Jetzt geht er hoch. Sehr gut, sehr gut. Oh, Alter. Da kamen sie aus allen Ritzen. Aber noch drei Minuten ist eine Menge Zeit. Und der König ist halb tot. Komm schon. For the King, man. For the King. Hoch, Leute, hoch. Ich hab'n Banner. Ich hoffe, alle stellen sich ein bisschen an Banner ran. JJ de Gaffer. Komm schon, König. Bleib hinten. Ich darf jetzt auf keinen Fall killgierig werden. Bist du überhaupt noch drin im Spiel? Ich bin dran, klar. Wo konzentriert? Ich hab' irgendwas in meinem Kopf stecken. Was steckt in meinem Kopf? Was steckt in meinem Kopf? Kannst du was sehen? Alles ist in Ordnung. Geh weiter. Kämpf weiter. Für Glory, Alter. Für Glory. Hole. Für Gloria Hole. Gloria Hole. Die Star-Anwälte. Oh, wir treiben sie gerade gut. Wir sind in der Treiberli. Und da wurde ich gekömpft verliebt. Okay, der König wurde wieder komplett hochgeheilt. Da brauchst du halt wirklich Bannerlies, ne? Ja, ja. Ey, easy, Freunde, easy. König, blowt the horn. I'm burning, I'm burning. König, geh weg. Ach so, er holt sich die Banner-Saft-Energie. Alter, der König wurde voll umgeworfen. Aber Entschuldigung. Ich hab' ein glühendes Eisen. Ich hab' hier irgendeine Keule aufgehoben. Boah, ich wurde enthauptet. Aber ich hatte ein glühendes Eisen. Aber es macht nicht wirklich viel Schaden. 30. Also, ziemlich whack. Aber war witzig. Alter, du räumst in der Runde ja richtig übel ab. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ich hab' irgendeine Fremdkeule aufgehoben. Wow, wow, wow. Nice. No, 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 no. Hat er gerade gesehen? Wie geht's in den König? Absolut, ganz gut. Oh, Sieg, Mann. Sieg. Nice. Boah, bei der Runde, ich weiß nicht. Da war ich aber nicht frisch in der Hose. Da war ich aber nicht frisch in der Hose. Was hab' ich denn? Boah, Kreis hat abgeräumt. Kreis hat richtig böse abgeräumt. Richtig nice. Nice, nice, nice. My coconut was the biggest nut. Er hat sehr big a nut. Ja, Freunde. Ich lieb' das Spiel, ist so geil. Wir tatteln noch ein bisschen die Beta. Wie gesagt, es gibt im Moment nicht so viel Auswahl. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bewertung reindrücken und... Tschüss. Ciao.